ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ist das da unten der Händler? Das könnte der Händler sein, genau. Schwupps, da gibt's die Wuppsdrafte. So. 138 Messing hat er mitgebracht, oh Gott. Oh, nimmt auch ein paar Batterien, gut. Oh Gott. Ach, hier war ja alles drin. Oh, Glas brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Diese Glasblöcke funktionieren. Nein, äh. Wolltest du da noch? Ja, weil da ist noch, da ist noch ein Glas, noch ist noch beschädigt. Ach, das müssen wir noch machen. Okay, warte mal. Glasblöcke. 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 Fehlt, ach, das Blei fehlt. Und Eisen, okay. Schau mal, wenn ich da hier schon beim ersten Händler fast alles los habe, ist ja egal. Also falls ja irgendwie Blei, Blei und Eisen hat auch Blei mitkaufen, wir haben eh genug Geld. Was, Eisen? Ja, ja, ob wir jetzt jetzt fahren oder kaufen, weil wir zu viel Geld haben. Naja, so viel Geld haben wir auch nicht. Haben wir nicht? Wo kommt das? Wie Geld haben wir denn? Wo ist denn weg? Also ich hab jetzt, gut, ich hab jetzt wieder 65.000, aber nur weil ich jetzt grad hier übelst Zeug verkauft hab. Weiß gar nicht, wo unser Geld ist, ja. Du bist ja da. Du nimmst immer mit. Achso, soll ja dann. So, ähm. Ich hab noch nie so viel. Gehe ich noch mal raus. Darf man auch mal was? Da war doch auch was drin hier. Schwupps. So, also, weiter geht's. Oh, noch der Süd. Hüppchen Himmel hoch. Jetzt stehe ich gleich wieder in Flammen hier. Ja, das weg. Das weg. Das weg. Das können wir ausmachen. Geht das erstmal laufen. Jetzt brate ich noch ab. Die Seite. Wirklich fast alles los geboren, Wahnsinn. Oh, ja. So, das behalte ich mal. Ähm. Mal schauen, was hat er denn alles so für Krempel? Nägel. Nägel. Flindenmoni hat er das. Gut. Patronenhülsen hat er. Oh, 300 Patronenhülsen. Schön. Kaufe ich. Papier kaufe ich dem auch ab. Oh, bisschen Messing. Naja. 7,62. Kaufe ich. Kaufe ich. Kaufe ich. Äh. Ach so, ist das nochmal. Schwann. Schwann. Wo war ich denn? Hier war ich. Pistol Pete. Das ist alles mein Krempel. Hopfensamen. 9 Stück. Gleich kaufe ich. Ja. Ja. Entbierchen. Kannst du mal schauen, äh, Better Up Volume 2. Warte. Ne, hab ich. Äh, und Magnum Enforcer 6. Das würde ich nennen. Ach, okay. Äh. Wolltest kaufen. Äh. Dann habe ich noch Pistol Pete 1. Pistol Pete. Habe ich. Na gut, dann haben wir's. Sind wir schon. Sind wir schon fertig hier. Muni, 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 Muni. Hier. So. Ne, ich wollte schon mal was anderes. Das kann ich selber lesen. Nein. 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 So. Lionfield. Gehen wir mal hin. Da wollen wir doch eigentlich hin. die rechte muss jetzt der rennthertisch osten sein das heißt in die richtung genau hier so und hier kann man hier schon runter machen wir schon so das ist schon wieder kohle hier Ja, ein Kraten wollte ich ja. Aber noch Tag 35 dann erst, genau. Ja. Ja. Oh, das wird so knapp werden. Oh, guck mal. Ja. Ich habe gehört. Der Typ ist drin. Das wird meine Oga gekriecht. Schwupps. Und da ist ja nichts verdrungen, ne? Lop. Ja. Willkommen zu Trader Joe's. Ich habe keine Ahnung. Nur, dass ich dich nicht mag. Danke. So. 67. Hm. Hm. Das kommt noch mal so. Ahem. Ahem. Ich kann hier wegknübbeln damit. Ahem. 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 piste p1 habe ich schon 1 traurig noch so spricht man nicht mit seinen kunden so händler händler und sind auch noch irgendwie zwei stücke das sogar genau hier sind noch nicht so hier sind noch mal zwei händler doch schütteln und das bisher herr weg tackern so hat er schaden von oben vielleicht sollte ich auch einmal die richtige taste drücken zum gas geben ich drücke da die falsche taste hier wegen hier turbo also hier springt das und wunderschön warum nicht los geht ja ich habe gesagt auch das ist ein bisschen laumaschig aber jetzt weiß ich auch warum so Ahem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum nimmt keiner den primitiven Bogen? Ach, der hat einen, ach, der hat keinen Sell-Price, dieser primitive Bogen. Okay, obwohl es ein Vierer ist. Willst keiner haben. Standen gerade drei Soldaten neben mir. Was? Und meine Turret nicht einmal gezuckt. Wo läufst du rum? Ich? Oder was? Ja, weil du sagst, hier drei Soldaten. Ich bin gerade hier am Nitratform im... Achso, 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 achso. Schön am Oger gelangweilt und da wirklich... Oh, war ich jetzt erschrocken. Eisen. Soll ich, soll ich, soll ich, äh, geschmiedetes Eisen kaufen, oder? Aber das ist alles so sauteuer. 50 geschmiedetes Eisen kosten 800. Boah, naja, da erwart man noch, wenn wir jetzt doch noch nicht so viel Kohle haben. Bin ja eh gerade am Farm. Ne, was heißt nicht so viel, aber... Äh, dann hab ich wieder kein Geld, äh... Wenn wir's, äh, dann brauchen, ne? Hm. Du blöde Turret, du stellst dich jetzt mal einfach unter. Stahlbolzen. Hm, hm. Ölschiefer, Kürze, du 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 du. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Äh, Wasteland Treasure Sphere hätte ich hier. Im Angebot. Oh. Ne, die vier hab ich schon. Oh, da hab ich wieder ein Büchlein für mich. Äh, und dann hab ich nochmal, äh, der Hunter ist schon mal sieben. Das aber, äh, hab ich jetzt... Ach, das, das hab ich, das, das hab ich dir ja schon gekauft. Das hat, das hat... Genau, genau. Das hat der hier nämlich auch nochmal. Äh, der verkauft ja auch Schatzkarten, seit wann. Kostet... Zwei... Äh, ne Schatzkarte kostet 2080. Pfff. Soll man die mal kaufen? Dafür, dass dann... Na, aber wesentlich nicht. Dafür, dass dann nur Müll in dem Schatz ist, aber naja, gut, könntest du da mal. Ach, scheiß drauf. Wenn man ja positiv überrascht. Ich kauf's mal. Ja. Zum Verkaufen hab ich jetzt hier nichts mehr. Ein Wunder. Hab ich hier schon reingeschaut. Achso, äh, ich hab hier noch, äh, pass auf, ich, äh, The Great Heist, äh, Volume 2. Nee, brauch ich nicht. Äh, Magnum Enforcer 6. Äh, das würde ich nehmen. Nochmal Hopf, Sau. Aber ich glaub, das hattest du, hattest du mir das vorhin ja schon gekauft? Äh, warte mal, äh, Magnum Enforcer 6, warte mal, äh... Doch, oder... Doch, äh, genau, äh, hab ich auch schon gekauft. Stimmt. Genau, genau. Äh, Salam... Michael Pistole... Nope, nope. Oh, 7,62. Hup, kauf ich. Flinten Money, kauf ich. Äh, der Art of Mining 4. 4, also, äh, 1 und 4 hätt ich für dich. Oh, warte, das klingt gut. Art of Mining 1 und 4. Die 4 würde ich nehmen. Kaufen. Das ist ja Kaffee, ne? Äh, und dann hab ich noch Magnum Enforcer 3. Das habe ich auch schon. Das heißt schon? Ja, das habe ich schon, ja. Gut, dann bin ich hier auch fettig, wenn ich das richtig sehe hier. Ja, go back, ne? So, gut, dann... Der nächste Händler ist, äh, wo ist denn der nächste Händler? Wo bin ich eigentlich? Ach so, ich... Ich sehe gerade, ich bin da bei einem Händler gelandet, den ich gerade nicht markiert habe. Ich habe hier unten markiert, ne, auch recht. Ach, neuer, okay. Nee, 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 ist, nee, ist eher keineuer, den habe ich einfach, äh, in der Karte einfach, äh, nicht wirklich gesehen. Den hatte ich eigentlich schon aufgedeckt. So, äh, wir müssen weiter nach Süden. So, mal auftanken hier. Starten wir mal in die Richtung. Waaah, 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 was machst du denn? Hey, der... Flug? Ja. 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 Oder sch... Schmier wieder hin? Ach, das stopft mich wieder. Ja, das stopft. Ach, Lobob. Was, Lobob? Naja, so. Vermunster. Ach so. Aber wo, warum schießt denn meine Tugel? Ich... Ich verstehe. Ja, voll, die zielt doch, oh. Macht mir nicht. Keine Muni mehr? Nee. Ach so, äh, ich meine, wenn sie keine Muni mehr haben, dann gehen sie ja hier im Standby-Modus, was stelle ich dir mal hier hin, in das 18 Meter. Jo. Wer merkt würden. Woaah. Ja.